Hey Leute, ich bin Shady von Domidodu und im heutigen Video dreht es sich um Rüstung aufwerten, um die Setbonis und die vier großen Feen, weil alles hängt ja so ein klein bisschen zusammen. Das Video soll euch ein bisschen zeigen, wie das Ganze abläuft, wo es die Feen gibt und wie gesagt, wie das mit den Aufwerten ist und dem ganzen Kram. So, schauen wir mal anfangen. Seht ihr zum Beispiel hier, ich habe jetzt die Schattenrüstung an und ihr habt gerade gesehen, dass da oben gerade stand, dass ich ein Nachttempo habe, dass man nachtsprinzip ein bisschen laufen kann. Ihr seht auch generell, dass die Rüstungen meistens einen Wert von drei haben oder zwei oder vier. Das seht ihr bei dem Rüstungsteil, außer das Reckengewand, das hat auch zum Beispiel vier gehabt. Und ja, die könnt ihr aufwerten, dann könnt ihr euren ganzen Werten ein bisschen hochbringen. Ich sag mal, hier seht ihr zum Beispiel bei den Kaputze der Hose, die haben zum Beispiel zwölf, die habe ich schon ein bisschen höher gewertet, genauso wie das Hyliagewand auf acht, dass man halt einen bisschen höheren Grundwert hat, dass man auch weniger Schaden kriegt. Das ist eigentlich sehr angenehm, wenn ihr merkt, ihr habt ein bisschen Probleme damit, dass ihr öfter zu stark Schaden bekommt. Und sonst gibt es halt noch, ihr kennt das ja, Effekte auf Rüstung, wie bei der Zura-Rüstung gibt es zum Beispiel das Schwimmen oder auf dieser Assassin-Rüstung, nenne ich es jetzt mal, gibt es ja diesen Schleichschwert. Und bei manchen gibt es halt noch so einen Set-Bonus. Da kommen wir aber ganz am Ende des Videos nochmal zu, wo ich nochmal zu erkläre, welche Rüstungen einen Set-Bonus haben. Bei manchen zum Beispiel bekommt der Set-Bonus auch erst, wenn man sie aufgewertet hat. Dann kommen wir zum Aufwerten. Es gibt die vier fehlenden Quellen auf der Karte, wie ihr jetzt auch hier schon auf der Map seht. Das zeige ich alles Stück für Stück durch. Ihr braucht alle vier, um die Rüstung maximal aufwerten zu können. Also mit einer Fee könnt ihr einmal aufwerten, mit der zweiten Fee zweimal aufwerten und so geht es halt immerhin weiter. Ich meine, die letzte Fee ist ziemlich teurer, kostet 10.000 Rubinen, aber man kann das Ganze sicher mit der Zeit zusammen sparen, sage ich jetzt mal. Auf der Karte, wie gesagt, habt ihr halt die Maschinenquelle der großen Fee, die sind eigentlich auch alle nicht großartig, schwer zu finden. Meistens in der Nähe von irgendeinem Schrein oder von irgendeinem Turm, dass man einfach nur noch runterkleiden muss und sich die Fee holt. Jo, wie gesagt, bei manchen Rüstungsteilen kommt halt erst der Set-Bonus, wenn ihr sie aufgewertet habt. Bei manchen halt vorher und bei manchen ist es aufgewertet. Da kommen wir halt ganz am Ende nochmal zu. Ich werde auch gleich im Video nochmal einen Rüstungsteil aufwerten, dass ihr mal seht, man braucht halt gewisse Materialien dafür. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, stimmt. Bei manchen Ausrüstungen sind es ein bisschen seltene Materialien. Zum Beispiel bei dem Hyliagewand brauche ich jetzt ab der zweiten Stufe ein Horn von einem Drachen und dann vom nächsten Drachen, also von allen drei Drachen zum einen Horn. Wo ich aber nochmal in einem anderen Video darauf zukommen werde, wie man halt die Drachen, ja, wie man die Hörner bekommt oder Schuppen bekommt oder generell, wo die Drachen sind. Das gibt es halt nochmal in einem anderen Video ausschließlich für die Drachen. Ja, und sonst braucht ihr halt bei manchen Ausrüstungsteilen halt nur Bocklinghorn oder es ist immer sehr unterschiedlich. Also oft hat das halt was auch mit der Rüstung zu tun, sobald die Leuchtrüste braucht Leuchtsteine. Aber das seht ihr, sobald ihr eine Fee habt, könnt ihr ja für eure Rüstung gucken, was ihr braucht. Ich habe halt als Anfang dieses Standardgewand, was man beim ersten Händler kaufen konnte, aufgewertet, weil es war am einfachsten hochzukommen und hat halt die meisten Rüstungswert gebracht. Damit habe ich halt zum Beispiel hier den Endboss besiegt. Also jetzt zum Beispiel die Leuchtmasken und so könnte ich jetzt aufwerten oder auch sobald die Zoga-Rüstung könnte man auf Stufe 2 aufwerten. Da braucht man hier noch dieses Ex-Salophon-Sporn und Hyrule-Barsch dafür zum Aufwerten. So, ich fange auf jeden Fall glaube ich auch schon mal an, gleich euch die Z-Bonis vorzulesen, welche Rüstung ihr halt in Z-Boni kriegt und bei welchen halt nicht. Wie gesagt, das ist halt immer sehr unterschiedlich. Zum Beispiel haben wir einen Z-Bonus bei der Barbaren-Maske, also bei der Barbaren-Rüstung. Wenn ihr komplett die Barbaren-Klamotten tragt, dann bekommt ihr den Aufladeangriff, die Ausdauer wird erhöht. Dann habt ihr zum Beispiel das Kletterkopftuch und das Kletterkopftuch wird wahrscheinlich selbsterklärend sein, dass die Kletterausdauer hochholt, wenn ihr alle drei Sachen zusammentragt. Und die Rüstungsteile einzeln geben zum Beispiel den Kletter-Tempo-Bonus. Aber ihr braucht alle drei, um halt diesen Ausdauer-Bonus zu bekommen. Die Dunkelrüstung ist dafür da, um natürlich Nachtschiller zu laufen. Das habe ich ja schon im Video gezeigt. Dann gibt es zum Beispiel das Wüsten-Klamotten, Wüsten-Stirntuch, Wüsten-Schulterschutz. Die geben zum Beispiel Elektroschutz. Habe ich auch noch nicht gewusst. Dann gibt es halt den antiken Feuerhelm. Das ist halt diese Feuerrüstung, die ihr kennt. Die hat halt Z-Bonus, dass man halt nicht brennt, dass man keinen Brennschaden kriegt. So, ganz kurz. Die Rüstung kennt ihr ja, die müsst ihr einfach nur bei den Goronen kaufen im Laden. Ich habe auch nur einen Teil benutzt für meine, für die Mission. Aber ihr könnt im Prinzip alle holen. Dann gibt es das Damen, den Damschleier, den braucht ihr ja für die Gerudos. Die geben halt einen Hitzeschutz. Dann gibt es den antiken Helm, also die Antikrüstung. Die macht, dass die antiken Waffen mehr Schaden machen. Dann gibt es den Himmelsschutz, der ist von der Ami-Boo. Also alle Ami-Boo-Figuren, also diese ganzen grünen Klamotten, die ihr vom Link bekommt, die geben alle, dass das Master-Schwert, die Strahlen mehr Schaden machen. Das ist aber generell bei allen Link-Klamotten so, dass es erhöht. Dann gibt es die Leuchtmasken, also das, was ihr auch schon bei mir gerade gesehen hattet. Das gibt Tarnung bei Knochenwaffen. Muss ich ehrlich geschehen, weiß ich gerade nicht ganz, was damit gemeint ist. Dann gibt es den Isolierhelm, die Isolierrüstung, also die komplette Isolierrüstung, dass man im Prinzip keinen Schock bekommt. Dann gibt es die Anti-Schneefedern, das sind die aus dem Gebiet der Vögel. Da hat man im Prinzip kein Gefrieren. Die Ninja-Maske, die Ninja-Ausrüstung macht auch nochmal das Nachttempo hoch, wenn ihr den kompletten Set-Bonus habt. Und die Zora-Ausrüstung zu guter Letzt macht die Schwimmausdauer hoch, wenn ihr alle drei Zora-Ausrüstungen habt. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sorry, dass vielleicht ein paar kleine Stotter oder so drin waren. Ich bin kein Fan von groß einstudieren. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem geholfen. Wenn ihr weitere Guides von uns sehen wollt, einfach rechts in der Playlist gucken oder uns schreiben, wenn was noch fehlt, wo ihr für wichtig haltet. Und wir werden auf jeden Fall darauf eingehen. Dann bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Bis dann, euer Shady. Tschö. Vielen Dank. Vielen Dank.